Noo, 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 noo! Noo, 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 noo! Alter, wo bist du? Boah, endlich! gar keine rüstung das hier also ich würde sagen du gehst rein tötest alle und ich gut die toren und so machen wir es auch noch zeiten das geht es hier rein müssen auch hoch und da hoch genau wie sie so kann es auch natürlich ist so dumm anstatt den block einfach den nächsten block zu ich finde das ist eine ganz schlechte idee ich nicht ist unser weg zurück bringt uns nichts magma schneiden und schnitzel kommen wir jetzt wieder raus so wie wir auch reinkommen das war taktisch nein du hast mich geschlagen und trägt es einfach mal okay doch bei uns schon doch kein schönes wetter oder ja das ist ja richtig für experten so wie kommen wir jetzt darüber ohne zu sterben die blöcke warte ich habe welche warte kurz die sache und hast du extra dieses skelette dafür abgebaut ja aber eigentlich abgebaut damit ich baum ja aber bringt das auch nichts wofür brauchen wir wofür brauchen wir keine ahnung naja damit es schön aussieht heiß begehrtes reisetier ja soll ich jetzt damit anfangen aua echt man bis nur ja so haa festung oha so wie kommen wir jetzt da runter oha ich frage mir ich weiß ich weiß ich weiß wie 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 nisi ich bin minecraft experte vertrau mir erst einmal bin fast da hä bin fast da wie wie oh ich bin gestorben ja durch den place sonst wäre ich auch nicht gestorben ok dann geh wieder runter so muss ich was essen und hoffen dass der place mich nicht erwischt hab's geschafft hab's geschafft haha ach mann wie hast du das eigentlich geschafft mit nem boot ach wow ja komm leck mich oh hier sind welche ja hier hast du Alter wenn der jetzt direkt was droppt ist lag'd der hat nix gedroppt da da aufpassen da was getroffen nö mir nix mir auch nix jetzt mal auf den blazers was wir sind bei Ah, er braucht das Spawner ab. Guck, wir haben nicht mehr oben. Ah, weiter, das ist gelöscht. Magma. Ah, da geht's nicht weiter. Warte. Ich weiß jetzt nicht so direkt ob die Fassung Tyler ist. Weiß ich auch nicht. Ach, egal. Mein Schwert geht halt langsam kaputt. Ich hab sonst keins. Ich hab nur noch ein Steinschwert. Irgendwie noch ein bisschen doof. Ja. Ich hab die Kopfschmerzen. Ich bin die Kopfschmerzen. Du bist die Kopfschmerzen. Du bereitest mir Kopfschmerzen. Warum hab ich eigentlich jetzt dein Boot? Ich hab nur noch eine Karotte. Hm. Ah, ich hab nichts gefunden. Bitte, kriegen wir's. Alter, der hat gar nichts gebraucht. Ah, nicht mal Skelett. Äh, nicht mal, äh, Knochen. Ich hab auch einen gefunden. Ja, zwei Sets sogar. Ey, Alter. Ich brauch wirklich Schilder für diese Blazes, Alter. Das fuckt mich ab. Ah, ich hab einen. Echt? Wir brauchen noch einen. Wir brauchen nur noch einen. Du hast einen? Ja. Oha. Wir brauchen nur noch einen einzigen. Hier ist, hier ist einer. Warte. Probier mal den Glück. Ähm, ja, wie Lotterie. Ah, der hat Kohle losgetraut. Einen. Okay. Schaffen wir. Alter, wo bist du? Hallo. Ich tausche ein bisschen rum. Ah, das ist ne kleine Festung, Mörwig. Hm. jetzt kann ich also gar nicht mal so viele abschnitte wo du rein kannst hier ist echt also hier ist als die ist wirklich klein ich kann auch gleich noch mal zurückgehen oder essen wir das glatt ich habe irgendwie kein glück mit dem warte töte mich mal töte mich 25 aber stelle wir selbst nicht nicht sterben okay dann gehe einfach raus wenn es zu viel ist da sind nicht sterben er kann mich sowieso nicht angreifen weil es zwei blöcke sind der dünnisch gedauert Oh, da ist wieder einer. Oh Gott. Oh, hat er mich da schon... Okay, kannst du mich dp'n? Ich habe Essen mitgebracht. Oh Gott. Scheiße. Ja, okay, ne. Der hat mich nicht so krass. Wo bist du? Scheiße. Ja, hier bist du am Essen. Oh, danke. Oh, mein, endlich Fleisch, was richtig ist. Nehmen wir bloß Karotten. Ne, so dieses Gemüsezeug. Ja, ja. Ah, vor uns, vor uns, das wieder. Echt? Ich muss mal die Axt nehmen. Nö. Schade. Hätte gedacht, das sah so aus wie ein... Äh, wie ein Kopf, aber... Ne. Ich muss jetzt die Axt nehmen, hier. Alter, ich muss gleich mal eine Picke nehmen. Sehen wir was? Ja. Alter, sag mal. Ach, meine Hand tut mega weh. Warum denn auch? Weiß ich's nicht, ich mach mein Handgelenk irgendwie mega behindert grad. Ich glaub, ich hab einen Gefoli... Ah, ne, das bist du. Scheiße. Ich dachte grad, da bewegt sich was. Ich dachte grad, das ist Spern. Hahaha. Da bewegt sich was. Töten, töten. Ja, Junge, ich dachte, das wär das Gerät. Jetzt bist du nur... Oh, ey. Jetzt bist du nur du. Hahaha. Ich mach mal eine Hand, irgendwie mega behindert. Komm, es kann ja jetzt nicht an dem einen failen. Aber jetzt haben wir nicht mal Blaze-Probleme, sondern... Sag mal, wie hieß du mich eigentlich jetzt? Also... Pff, Mann, ob das an meinem Weihnachtskostüm liegt? Hahaha. Ja, ich hab einen gefunden. Bitte. Bitte. Nö. Ich kann dir nichts kratzen. Was ist denn das hier für Wurr? Der Rüste geht halt gleich noch Schrott. Äh, ich hab keine Rüste. Wenn dann geht der Schrott. Hahaha. Alter, am Ende nehm ich gar keinen Ton auf, Junge. Das war... Alles nochmal auf Anfang. Juck. Weck mich auf den Arsch. Nee, schaß. Komm, es geht. Alter, ich hab langsam Kinnerlösen mehr. Ich drohne. Äh, apropos, ich wollte mal sagen, da gibt's noch drüben ein anderes Abteil von... Ne? Scheiße, ich hab meinen Namen angeguckt. Von der Festung gibt's noch... Ah, weder Skelett. Anderes Abteil. Komm. Boah, schade. Ich geh mal zu dem anderen Abteil, ne? Ja, mach. Weil da gibt's noch ein anderes Teil, wo wir auf diese Festung gegangen sind. Gab's noch... Äh, drüben mal eine andere. Die haben wir komplett außer Acht gelassen. Ich weiß nicht, ob die miteinander verbunden sind, wenn wir da auch schon waren. Ah. Ich geh einfach hin. Boah, ich geh einfach mal hin. Vielleicht warten dort schon 10 Millionen. Köpfe. Die sind dort alle schon so platziert. Das ist alles geskriptet. Ah ja, imagine. Imagine, das ist alles geskriptet. Würde ich das nicht so skripten, dass... Wenn ich sowas skripten würde, würde ich das definitiv nicht so skripten, dass ich einfach... Dass wir hier zwei Stunden lang irgendwo in der Pampa rumlaufen und... Dann würde ich direkt auf den Punkt kommen. Ich meine, ich skripte ja an meinen Projekten viel, aber... Sowas skripte... Also, na gut, in diesem Projekt skripte ich hab ich tatsächlich gar... Hab ich in diesem Projekt mal was geskriptet? Nee, nee. Außer deinen Cheats. Ey. Stimmt gar nicht. Nee, es ist einfach genau derselbe Abteilung, wie wir schon fünfmal vor... Ah, hier ist aber einer. Also, hey. Will ich mich mal nicht beschweren. Oh, der hat was? Nee, hat er nicht. Oh, da hinten ist noch einer. Los. Jetzt. Rob mir. Nein. Kopf. Eier, Schwerz. Schön für dich. Na, danke. Hab ich wenigstens, kann ich wenigstens. Meine Wache auch. Also, ich hab ja noch... Ich hab ja ne Armbrust... Hab ich ja komplett vergessen. Ich dachte, ich verzweifle hier langsam was Lust. Schuss dich, nee. Oh, moin. Ich dachte, du wärst so'n Pik, man. Ich dachte, du wärst so'n Müge ist, man. Alter, ich... Ich hab ja das gelösset. Kötzen. 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 Hat er? Nee, warte. Erst die Places muss man töten. Oh Gott. Boah. Schade. Ich bin gleich tot. Aber ey, Mann, hab ich noch aufgegessen. Ey! Selbstverschwendung, sag mal! Boah. Ah, nichts! Kein Witter-Skelet, keine Blaze. Nichts. Danke für die NR. Die andere Fassung hat mir besser gefallen. Echt, Junge, die war wenigstens größer. Da hattest du dich wenigstens nicht so eingeengt gefühlt. Du dachtest wenigstens, du hast diesmal was Neues. Auch wenn du das dann fünfmal gesehen hast. Ich kann auch nicht denken. Auch nicht. Hm. Kritisch. Schon kage. Danke. Alter, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Weg... Ah, hier ist einer. Na komm. Na komm. Na komm. Ich weiß gar nicht. Du hattest nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Hä, warum gesichert? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Die Karre. Ich hab die Karre. Das muss ich so einfügen, an der Zukunftsvisik. Füg das mal ein. Ich hab die Karre gesichert, jo. Ich hab die Karre gesichert, jo. So ein Bild von der Karre. Ist das dieses angebliche neue Abteil? Ja. Aber ich glaub, da ist immer reingekommen. Ah ne, der hat nix getroffen. Ne, ne, dort wo du gerade bist, ist das angeblich neue Abteil. Ah ja. Ach so. Stellsitzig raus, das ist das selber abteilig. Hm. Gibt's hier vielleicht irgendwie noch weiter? Ich bin jetzt hier raus. Ich will gucken, ob es hier vielleicht weiter geht, oder ob es nochmal eine andere Festung gibt. Nö. Sag ich dir jetzt schon. Gieß es. Ehrlich. Gut, dann gehen wir zurück. Jetzt find ich den Weg nicht mehr. So. Oh, geil. Schieß das an den Nacken mit der Armbrust. Grünverbrannte. Kein Skelett. Nichts. Nee, Junge. Ich will diesen Baum das... Ein Skelett. Nichts. Hat er was gebracht? Aber nichts. Wie viel Skelett habe ich jetzt schon gekriegt? Einunddreißig. Ja, ich kann nicht mal die Statistik sehen. Ich hab... Soll ich dir mal sagen, wie viel Schafe ich getötet habe? Ein. Ja. Weißt du, so 35 Skelette für 21 Schleien, 30 Spinnen, 31 Midderskelette und dann ein Schaf. Ich hab sogar mehr Fledermäuse gekillte Schafe. Nämlich vier. Midderskelett. Hinter dir. Alter, wenn du jetzt nix drobst, Alter, ich geh nur in den Hals um. Und? Hat nix gedroht. Ich bin ein Wort, der sehr ein Versprechen hat, Alter. Komm her. Alter, ich kill gleich einen Pigmen-Mans. Wir kommen weiter, wenn wir Pigmen-Mans töten. Die werden uns einen Skelett-Kopf droppen. Und die können nicht mal was droppen. Ist so. Also, das schau ich ja mir ganz genau. Ey. 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 Schweinefleisch. Scheiße. Mein Schwer ist kaputt. Uff. Uff. Haugelind. 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 linde war das gelötsch echt Komm, ich war nicht mal meine picker, ich hab nur noch meine faust Hier waren wir doch, ist egal Auch wieder wahr Komm, ich will weinen Junge, meine Axt, jetzt hast du auch gleich kaputt Weinen 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 Weinen